Ziehen wir's durch. Zum Aufzug. Hier lang. Ziel heißt Sandra Dossett. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Buck. Wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team. Schamhaft. Buck, versuch wenigstens mal nett zu sein. Wenn du was Nettes willst, ruf die Seelsorge an. Appartement 1237. Ziel müsste drinnen sein. Aber ich sehe hier einen Biomon nicht. Hoffe, wir sind nicht zu spät. Ich hasse diesen auf Leben und Totscheiß. Beeilt euch. Han, bist du das? Versuch, die Tür zu hacken. Kannst du das Schlossum-Gegenweg? Ab jetzt leise. Scheiße. Sind wir zu spät? Ist sie das? Wie? Wie sind wir die Chikan? Wie? Sind wir die Chikan? Sandra Dorsett ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig. Die hier hat nur Zetatec Repos vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Sie also nicht. Suchen wir weiter. Not schon, wie? 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 Achtung, die Negros wohnst. Er lebt in Leise. Nicht rüber. Es ist nicht mehr sein gekriegt. Er lebt in Leise. Sonst entdecken die uns. Er lebt in Leise... Achtung, da kommen noch mehr. Wir sind fast Beyer. Wir brauchen den Mannerschein. Wir entwickeln die Kommen. Und nun hätten die Schmiege darüber. Was zum Teufel? 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 Das war's für heute. Keine Bewegungen auf den Sensoren sichtbar. Ihr habt ihn erledigt. Die Luft ist rein. Scheiße. Wo zum Teufel ist unser Ziel? Seht euch um. Sie muss hier irgendwo sein. Geine Bewegung. Geine Bewegung. Geine Bewegung. So eine verfickte Scheiße. Ich glaube, ich habe sie. Unsere Zielperson. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Das wissen wir gleich. Schließe Ihren Beomon an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Das sieht nicht gut aus. Schließe an. Sandra Dorsett. NC570442. Traumateam Platin. Platin? Scheiße. Die hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Die haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomond. Firmware reconfig oder einen Neurovirus. Carajo, Teebuck. Du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wannen, Eis, Haken und Beile. Hm. Also Skogloucher-Hack, was? Ich habe da eine Idee. Check den Neurovirus. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomond stören. Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Check den Biomond. Hat sich was geändert? Alucentra, falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Eine Not-Evakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deinem Standort ein. Der Biomond sagt, Traumateam ist in drei Minuten hier. Dein Premium-Plan legt 90 Prozent der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Pobrecita. Holen wir sie aus dem Eis raus. Jack, Augen auf. Das war's noch nicht. Wer weiß, was da draußen ist. Bin bereit, Vi. Zieh dein Ding durch. Oh, fuck! Herzstillstand! Wie? Sag mir, was da los ist. Jackie, Airhypo. Fuck, das ist nicht gut. Fang, Chica! Ich glaub, scheiße, es hat geklappt. Feuer, Chica! Bring sie nach draußen! Feuer, schaff sie raus! Terrasse! Landung, Abstand halten! Sicherheit und Begräuter eingeleitet! Befolgen Sie die Instruktionen! Im Türbereich anhalten! Im Türbereich anhalten! Befolgen Sie die Instruktionen! Befolgen Sie die Instruktionen! Befolgen Sie die Instruktionen! Patientin auf den Boden legen! 5 Schritte zurück. Jetzt! TT 133 in Zentrale. Patientin NC 570442 gesichert. Stimulanz wird verabreicht. 70 Milligramm Dopamie. 110 Nr. 800 Fibri. Verschwinden wir. Der Fahrstuhl bringt uns direkt zur Garage. Gute Arbeit. Die Shit-Show ist vorbei. Ich kling mich aus. Wir sehen uns bald. Hör zu, Chica. Ich hab was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen borgen? Ich hab ein Date mit Misty und... Komm schon, ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Du rettest mir den Arsch, Vi. Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren? Ja, danke. Ich bin hundemüde. Oh, fast vergessen. Du solltest Vakako anrufen. Wir sagen, der Job ist durch. Wie? Wie lief es? Ist die Klientin gesund und munter? Relativ gut. Traumateam hat sie uns abgenommen. Sie kommt durch. Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erst mal nach Hause, oder? Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. Überlass mir das, Chica. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Dann aine Vielen Dank.